Da ist kein Altar! Nein, falsche Taste. Ich denke, der Stress daran zu wissen und gleichzeitig nicht zu wissen, ist das Schlimmste. Darum bin ich gegangen. Ich konnte dieses falsche Lächeln nicht länger ertragen. Waren wir schon? Da hat jemand verbarrikadiert, da kommen wir nicht her. Kann ja auch einfach mal seine Häuser abschließen. Wie wäre das? Was für sich, nicht? Hier ist nix. Da kommen wir wieder nicht hin. Nur gut. Weniger, was wir überprüfen müssen. Weniger Horror. Ich meine, nachdem wir jetzt so Viecher... Komm, eben kam ich doch auch hierher. So Viecher hatten, brauchen wir das nicht. Auch verbarrikadiert. Auch zu... Wollen wir das hin? Wollen wir das wirklich? Oh, wir haben einen neuen... Eine neue Errungenschaft. Ha! Die sind ins Wasser gegangen. Echt mal. Die standen gerade auf dem Wasser. Das ist wie bei Viertel 3. Äh... Das muss ich fotografieren. Aus dem richtigen Enkel. Da. Wollte ich nicht. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich will Ihnen nix böses, wenn Sie mir nix böses wollen, ja? Mussten wir ne Bank nicht auch fotografieren? Nö. Obwohl, da ist ne Bank. Das ist so krank. Ne Selbstmord. Sekte. Kommen wir nicht hin. Wir müssen weniger fotografieren. Ein Wunder. Kommen wir nicht hin. Gehen wir gleich hin. Da können wir noch was uns angucken. Jupp. Wir alle sind durch... Pilis. Begangen. Äh... Constance Civilians. Was heißt das? Civilians? Fuck. Diese ständige Überwachung und äh... Sortieren. Wir werden alle bald befreit sein. Glaubst du nicht? Oh, bitte. Bitte kein Vieh wieder. Bitte. Doch, da war ich. Jetzt sind wir wieder auf dem Platz. Gut, dann... Gehen wir hier lang. So eine gruselige Musik fängt auch wieder an. Oh, wäre egal welchen Weg. Geht toll. Jetzt sind wir wirklich im Wald. Wo ich noch sagte, ich nicht hin will. Geht toll. Jetzt sind wir wirklich im Wald. Wo ich noch sagte, ich nicht hin will. Äh... Äh... Alle... Äh... Vorkehrungen wurden getroffen zusammen mit dem, äh... Oberhaupt des Dorfes. Äh... Wir haben einen Tag um zu feiern und dann... Ein... Ein... Und dann einzuschlafen. Äh... Das sollte... Die sollte den Leuten, äh... Die Möglichkeit geben, ihren Wunsch nochmal zu überdenken. Ähm... Und wenn das Licht ausgeht, was dann? Wichtig? Oh Gott! Und... Worauf das hinauslaufen soll. Ja... Rechts oder links? Rechts oder links? Rechts? Rechts oder links? Ja, doch nicht so schnell! Warte! Du bist viel zu schnell! Ich komm nicht hinterher! Ich will nicht mehr! Komm schon! Mach fertig die Kacke! sorry! Du bist schon wieder zu schnell! Du bist mal wieder zu schnell! Du willst mich doch verarschen! Toll! Och, nö, ne? Ihr verarscht mich nicht. Ihr verarscht mich so sehr. Ähm, 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 ähm. Fuck! Sobald ich im Dunkeln stehe, ist Game Over. Was zuletzt gespeichert? Ganz am Anfang, richtig? Komm in die Bewegung. Hallo? Oh, das Spiel ist abgestürt. Joop. Joop. For there is nothing else. Joop. 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 Weiße, wir sind viel zu langsam. Anscheinend ist es nicht schlimm. Joop. 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 Bitte lasst die Tür offen. Aber mit Bibel. Aber mit Bibel. Aber mit Bibel. Ein Pentagramm. Steffen sagte mir, dass er Zweifel hegt. Er war sich nicht mehr ganz sicher, ob das, was Remens sagte, so stimmte. Ich wusste, dass einige sich nicht mehr sicher waren. Aber ich habe ihn deswegen komplett verstummeln lassen. Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt auch nicht nachgucken. Ich will zweifeln und fragen nicht meinen Glauben an das Gelehrte. Ich will das Pentagramm nicht fotografieren. Was passiert, wenn wir da reintreten? Ich weiß nicht. Ich will das jetzt mal. Ich kann es nicht nachgucken. Ich will das nicht nachgucken. Ich kann es nicht nachgucken. Ich kann es nicht nachgucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017